Ein klarer, kalter November-Nachmittag. Die Sonne geht bald unter. Einzelne rote Wolken. Die Stadt. Der Fernsehturm im Sonnenuntergang. Drei Lehrerinnen. Holäugig. Ängstlich. Unterbezahlt. Wo ist es? Wo ist das Kind hin? Das Kind singt! Du bist wie alles vollkommen neugierig. Alles ist krank. Lächeln doch bestimmt vom Strengen. Und ängstlich. Dass sie einen an der Hand nehmen. Und niemand kommt vor. Niemand kommt zurück. Das Leben kommt weiter. Das Leben kommt weiter. Das Leben kommt wieder.